Hallo Freunde Ich möchte euch heute Die Minecraft Beta 1.9 Pre-Release Version 4 Sehr lange Ja, vortragen Sag ich jetzt einfach mal Es gibt viele neue Dinge Zum einen haben wir hier Das Braun von Tränken Hier hab ich schon etwas So, das mach ich wieder raus So, dann haben wir zum Einem neue Mobs Eine neue Welt Und Zum einen haben wir noch Die Werkzeugverbesserung Und ja Ich zeige euch heute erst Beziehungsweise jetzt erst Mal Das Braun von Tränken Ihr braucht erst einmal so einen Krug Den könnt ihr hier So So bauen Eisen Dann Ja Dann Das ist hier der Bearing Stand Also der Ständer Den macht man so Kabel Also drei Kabel unten Und ein Blaze Road Dazu Oben drauf Und man hat ein Bearing Stand Und das ist ein Na sag ich mal Table Ich zeige euch den mal Wo ist er denn Wo ist er denn Da haben wir ihn doch So den So das ist nämlich Das verbessern von Weltzweigen Also Ja So, nun zeige ich euch erstmal wie man braucht Ihr braucht als erstes halt Sowas Und leere Gläser Beziehungsweise Flaschen Dann Nehmt Ihr hier einmal Und da Dreimal brauchen wir das für ein So, jetzt haben wir hier Water Bottle Also Wasser Flasche Die legen wir rein Und äh Nehmen wir uns den Nether Ward Wir wollen uns nämlich Speed machen Also Schneller laufen können So Das braucht ein wenig Das ist ähnlich wie Ein Ofen Das ist ähnlich wie Äh Ja, wie Keine Ahnung Weiß nicht Ja, halt ähnlich wie ein Ofen Mehr eigentlich nicht Das läuft dann hier Bei dem Pfeil durch Und dann Sieht man, ob das fertig ist Nun Seht ihr gleich Hat das auch Haben diese Wasserflaschen Auch schon Wieder Ganz anderen Inhalt Seht ihr gleich erst Moment Org Wart Potion Das ist das Neue Was wir jetzt da Gemacht haben Nun Machen wir mit der Org Wart Potion Weiter Wir nehmen Redstone Und den Okay Moment Org Potion Ach Quatsch Wir brauchen ja Zucker Als Sag mal Wir brauchen ja Zucker Als erstes Dazu Suchen wir uns das raus So, jetzt finde ich kein Zucker Äh Das ist Schneeball Sag mal da oben So Zucker Und dann Wird uns Einmal die Potion Of Sweetness Wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe Das heißt 3 Minuten Haben wir Speed Also sind schneller So als wenn wir Rennen So Sind wir dann 3 Minuten lang Ohne dass uns da irgendwie Was vom Leben weg geht Vom Hunger Oder wie auch immer So Jetzt ist das durchgelaufen Beziehungsweise jetzt So Dann nehmen wir uns das Zucker Wieder raus Und tun uns Redstone rein So Es gibt zwei Arten Man kann die Flaschen So trinken Das zeige ich euch jetzt hier Ah ne das ist eine Bombe Sag ich jetzt mal Äh ich nehme jetzt mal Ich weiß gar nicht Kann man was Ich nehme einfach mal die hier Ich weiß gar nicht mal was das ist Wenn man dann gedrückt hält Kann man das trinken So jetzt seht ihr Ich habe Blubberblasen So dann gibt es noch einen Moment Dann gibt es noch eine andere Art Nämlich Man kann Das werfen Das zeige ich euch gleich Mit Nein mit denen nicht Dann haben wir Wie das bietet Ich mach das eben neu So das läuft auch durch Da warten wir noch ein bisschen Das ist zum Beispiel Ich glaube ich Leben gewesen Hallo Tierchen M políticas Mö Mö Ja ist klar Moment ich mach mir hier diesen Zaun drunter Für die Tiere Ist das ein bisschen So, ist das besser? Dann versteht ihr mich besser, wenn die da rumkrakehlen. So, das ist auch fertig. So, und dann nehmen wir uns jetzt Gunpowder. Also Sprengpulver. Das lassen wir jetzt durchlaufen und dann haben wir gleich so eine Bombe. Das zeige ich euch aber dann gleich. Jetzt habt ihr einmal gesehen, wie man das trinkt. Und einmal dann gleich, wie man das dann wirft. So, die Krühe müssen auch bald neu gefüllt werden. Beziehungsweise die. So, das haben wir dann soweit herkommen. Ja, jetzt haben wir es auch soweit fertig. So, jetzt haben wir die insgesamt. Jetzt zeige ich euch das jetzt mit der. So, jetzt gehe ich mal raus. Und die wurde verschwendet. Ach, doch nicht. Jetzt seht ihr, bin ich schneller und ich laufe normal. Ihr seht, ich habe hier Blubberblasen. Und ich bin viel schneller. Und das geht nicht von meinem Leben oder sowas weg. Oder von meinem Hunger. So. Der Zweck beim Werfen ist es, das kann man nämlich auch, sagen wir mal, bei Tieren oder bei Kumpels auf Multiplayer mit zusammen verwenden. Man wirft das auf einer Fläche, nämlich, sagen wir mal, hier. So. Und die Tiere sind ebenfalls schneller. So, ihr seht, die Kuh, die läuft viel, ja, etwas schneller. Sie seht ihr da. Die ist genau so schnell jetzt wie ich, wenn sie mit mir in einem Wettrennen laufen würde. Und ja. So ist das halt nochmal. So, das kommt weg. So, dann. Das nächste, was ich euch zeigen will, oder möchte, ist das Tieren von, äh, das, ja, Füttern von Tieren. Denn es ist jetzt nicht mehr so leicht, Tiere in der Wildnis zu finden. Daher würde ich mir immer einen kleinen Stall oder sowas oder so eine kleine, so ein kleines Gehege machen, wo die Tiere, äh, wo man dann Tiere reintut. Dann, äh, Notch hat das neu gemacht, dass man die Tiere füttern muss. Zwei Paare, sag ich mal. Zwei alte. Und die erzeugen dann neue Babys. Die wachsen dann auch wieder auf. Weil es ist wirklich sehr schwer, jetzt hier wirklich wieder was zu finden. Und ja. Das zeige ich euch dann jetzt. Wir nehmen am besten mal die zwei Kühe, wenn sie gerade Lust haben. Eine Kuh und die nächste Kuh. So, die laufen aneinander. Und dann entsteht da ein kleine, ein kleines Tier. Da haben wir es, da. Da läuft es. Und, äh, so funktioniert das Ganze. Und das Gute ist an den Weed oder an den Brot oder wie auch immer. Die Tiere laufen einen hinterher. Wie ihr seht. Die kann man dann überall mit hinlocken. Wenn ich jetzt das wegmache, laufen die mir nicht mehr hinterher. Das ist eigentlich sehr hilfreich. Ja, abwährend ist ja schon bei der 1.8.1 gewesen. So, ich suche jetzt mal Tiere. Und mal gucken, ob... Ja, also ich suche jetzt Tiere und mal gucken, ob ich wirklich welche finde. Und wenn, es ist wirklich hochselten, meiner Meinung nach. Das habe ich auch so gehört. Und ich bin runtergefallen. Ich mache das ganz anders. Ich mache mir das viel, viel leichter. Ich nehme mir Drecke. Einfach mal Dreck. Wo ist denn Dreck? Da. Dort. Ach ja, was ich euch noch zeigen muss, ist die Schmerzverbesserung. Aber erst mal hier das beenden. Und dann kommt das nächste. So, dann ist es dunkel und ich muss mich beeilen. Ansonsten werde ich hier von Monstern angegriffen. Ich nehme mir lieber das Schwert. So, ich suche jetzt mal ein paar Tiere. Und ich glaube nicht, dass wir hier so jetzt viel finden. Okay, das ist eine Kuh auf dem Block. Das sieht lol aus. Aua, aua. Eine Kuh auf einem einzelnen Block. Wie geil ist das denn? Dass sie nicht runterfällt? Beziehungsweise runterläuft oder so? Ey, das ist ja jetzt wohl voll episch, man. Ah, nein, ihr seht. Hier laufen sehr, sehr wenig Tiere momentan rum. Viel weniger. Sehr, sehr viel weniger. Äh. Oha. Als vorher. Ich mach das jetzt einfach mal. Einfach mal hier. Oh. Runter hier. Aua. Au. Komm. So, hier lang, bevor es jetzt hier extrem wird und mir hier die ganzen Spinnen-Skeletten, Zombies und Creeper entgegenkommt. Schnell ins Haus hinein. So. Und hier sind wir sicher. So. Nun zeige ich euch dann das nächste, nämlich die Waffenverbesserung. Kann ich euch gar nicht zeigen. Hö, schlau. Das ist natürlich jetzt total doof. Ich kill jetzt einfach mal ein paar Tiere. Okay, dafür hab ich noch nichts gekriegt. Hier bleib'n. Sag mal. Ich wollte verzagen hier. Wir müssen kriegen, ey. Ey, ey, ey. Schön hier bleib'. Hier bleib'n. Sei ruhig. So, ich mach mindestens ein. So, die Kür darf ich nicht nochmal. Nein, ich will das. So, jetzt hab ich ein, das reicht. So. Hier entlang. Hier. Ach, hier entlang. So, jetzt könnte ich zum Beispiel mein Schwert verbessern, dass ich schneller Tiere kille. Oder zum Beispiel Werkzeug, dass das nicht so schnell kaputt geht oder gar nicht kaputt geht. Das ist hier wie in Harry Potter. So, man macht Rechtsklick drauf und legt sein Schwert hinein. Dann seht ihr, ich kann das um eins verbessern. So, dieses, also diese, ähm, ja, dieser Tisch mit dem Buch drauf, wird nicht so viel, äh, Kraft, sag ich mal, äh, investieren können. Da, aber hier so, jetzt Regale sind, mit Büchern, seht ihr hier so, gehen die Rezepte mit hinein. Hier sehen wir jetzt, hier können wir etwas höher, wie ihr hier seht, auf 10. Aber man muss halt dann sagen, wenn wir 10 EXP haben. So, und wenn man hier so sowas hat, dann geht das richtig hoch. So, ihr seht hier, 39. Das höchste, was ich gehabt habe, war 42. Beziehungsweise, was ich gesehen habe. 40.